So, willkommen zurück zu Let's Play BattleFeed Bad Company 2. Diesmal bin ich noch halb zugedeckt hier und bin am Zocken, mal was anderes. Ich hoffe mal, ich schaffe das so. Es geht weiter und wir machen hier die nächste Mission. Die nächste Mission und... Ja, wir sollen uns durchkämpfen zum Dorf, oder was war das? Ich konnte das nicht lesen, weil ich gerade hier so weit zurücksitze. Ich setze mich mal gerade hin hier. Oh, da, das klingt nach Dinosaurier, aber ich glaube, BattleFeed gibt es keine Dinosaurier. Aber was soll's. Ach, das war ein Flugzeug. Boah, das liegt ganz schön tief. Oh, das ist ein Feind. Soll ich die jetzt abschießen? Das war vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee. Aber, ich schaffe das schon. Ich bin Pro. Ich bin Pro. Ich kann das nicht. Geil, aber ich... Ne, 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 der lebt noch. Der lebt noch, der lebt noch. Also, das Dorf... Das Dorf gefällt mir jetzt persönlich voll cool. Ich find das cool. Guck, guck. So. Ich mag das Dorf irgendwie. Ich mag's. Ich weiß nicht, irgendwie so Wälder und keine Ahnung wird nachher Zeit auch langweilig. Jetzt kämpfen wir hier mal im Dorf. Das ist schon eng, so mit vielen Feinden. Kann man schön viel töten. Das macht irgendwie Bock. Willst du mal dein Maul? So kann ich vielleicht besser zielen. Alter! Aaaaaah! Schnell verstecken. Nachladen wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber kack drauf. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Okay, die schießt mich aber ab. So klingt's auf jeden Fall. Guck, guck. Ja! Okay, der war einmal. Ah, Scharfschutzengewerber. Ich will die Waffe nicht weglegen. Ich will die Waffe... ...halten. Na komm, guck mal, wenn's jetzt schon mal hier liegt, dann sollte man's doch, glaub ich, nehmen. Wär irgendwie schlauer. Kann ich die auf jeden Fall von Weitem töten. Ah, drum gleich hier drauf. Haha, hängen die da erstmal drunter rum? Wollt die nicht irgendwann mal runter? Irgendwie? Nö. Wollen sie nicht. Kann ich verstehen. Das wäre niemand zu mir. Ich werde von allen gehasst. Und wow. Ich hab heute keine Termine frei. Okay. Wow. Au. Ja, hey, damit treff ich eh nicht. Ist, glaub ich, logisch. Bros können das natürlich, dass ich ne Lusche bin. Ach, das sind meine Kumpels. Dass ich das auch mal erfahre. Hui. So, nun. Hallo. Ja, aber Battlefield kann man so viel kaputt machen. Ich mach gerne Sachen kaputt. Ich mach gerne Sachen von meinen Geschwistern kaputt. Ich zerstöre gerne Sachen in der Schule. Ich bin ein richtiger Rabauke. Deswegen passt das, glaub ich. Ich mach's nicht. Hui. Okay, Luft ist rein. Bellen hier jetzt schon oder ist er draußen? Er ist kein draußen. Nein, ist so gut. Hier bellen Hunde. Also im Spiel. Hehe. Cool. Kann ich auch töten? Abschießen. Also eben. Oh, Mörser. Sind Mörser nicht die Sachen, die gefährlich sind, oder? Lauft. Lauft. Schneller. Lauf. Lärmacht den Arsch vermult. Weiter zum Kanal. LW, komm. Los, los, los. Rennen. Rennen. Ich hoffe mal, das wird nicht diesmal wieder so eine lange Mission wie beim letzten Mal. Weil die gingen ja über vier Parts und... Boah, heftig. Hab ich die euch alle hochgeladen? Ich will das X-Player hier ja auch langsam mal beenden und mal ein bisschen mehr hochladen. Auch wenn's nicht gern geschaut wird oder so, hab ich irgendwie den Anschein. Aber... Ey, was soll's. Für die Leute, die sind interessiert oder die's gerne gucken, lade ich's gerne hoch. Ah, vielleicht werden irgendwann... Vielleicht werden's irgendwann mal mehr. Aua. Wollte mich grad abschicken. Der wollte mich grad abschicken. Ich glaub, der hat mich in einer Schrotwünthe getötet. Nuh, egal. Als ne Eppiger-Walle. Wo seid ihr? Bei ihrer Absicherung kommen wir nie alle rein. In den Feuer schulden. Wo sind's? Da oben ist auch einer. Da oben ist auch einer. Oh, hallo. Scheiße, wächst auf die Waffe, die Penner. Treffen kann der Versager auch noch nicht mal. Na doch nach. Zehn Stunden später. Ich glaub, das war beim letzten Mal auch voll laut. Ups, nein, ich muss mich so neu starten. Das ist mir gar nicht aufgefallen, oder? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber... Ich versteh's auch nicht irgendwie. Das ist irgendwie so laut. Was war da sonst nie so laut? Der tötet. Ja! Auto, nicht die Luft sprengen. Hm... Hm... Den nochmal abstechen, so... Oh, da ist noch einer. Oh, da sind ja noch mehr. Okay, der Tod. Geh mal bitte raus, Griner. Tür zu, bitte. Feind von oben! Feindliche Fahrzeuge! Äh! Alter! Nein, weg! Boah! Ach, ihr seid gemein. Okay, das will ich heute mal das Licht ausmachen. Und geht kasselt an dem Strom. Boah, nee, ne? Auch schon wieder hier. Langsam gammelt das an. Langsam gammelt das echt an. Das ist nicht mehr lustig. Das ist nicht mehr schön. Boah, mach doch mal was, Jo. Ja, Hilfe, halt zu spät. Wir müssen denen helfen. Ich bin tot. Ja, wir müssen... Ich glaube... Okay, ja. Ne, zu spät. Boah, ich hab den trotzdem getroffen, obwohl... Alter, das ist... Wie soll man denn so hier vernünftig zielen, wenn die alle auf einen schießen? Ah, ich versteck mich in, äh... Ego-Schultern eh nie gerne, ne? Deswegen sterbe ich auch oft. Wo das eigentlich... Ich hab auf leicht gestellt, ne? Kann das sein? Alter, ich darf die ganze Kacke nochmal machen. Ich hab keine Lust, ey. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass ich immer so lange brauche. Oha, haha. Hier gibt's nicht... Hier gibt's irgendwie voll wenig Speicherpunkte, kann das sein. Vielleicht kommen nochmal voll viele. Ey, das hat diesmal richtig gut geklappt sogar. Ich hab mich aber versteckt, hab gesniped. Haha. Cool. Vielleicht soll ich das Auto diesmal erstmal nicht abschießen, sondern dann warten, bis Leute kommen. Na kommt, hallo. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ihr kommt. Ich hab keine Ahnung von was. Scheiße, überlebt haben sie das. Schweine. Nein!